Simone Hanselmann hat nach der letzten Staffel eigentlich den Bergdoktor verlassen. Die Schauspielerin hat ihren Ausstieg verkündet und Franziska ging nach New York. Seitdem hat Dr. Martin Gruber mit Liebeskummer zu kämpfen. Schließlich nahm Franziska auch den gemeinsamen Sohn Johann mit. Jetzt soll es jedoch ein überraschendes Wiedersehen mit Franziska geben. In einer neuen Folge mit dem Titel Neuland erhält Martin eine Einladung von seiner Ex. Franziska möchte laut der Episodenvorschau des ZDF, dass Martin nach New York kommt, damit er Johann wiedersehen kann. Ob der Bergdoktor anschließend wirklich über den Atlantik reist, lässt der Sender offen. Zumindest ist Simone Hanselmann in der Liste der Darsteller der Folge zu finden. Womöglich überredet Martin sie auch dazu, ihn in Österreich zu besuchen. Ob ihre Einladung jedoch der Start eines endgültigen Comebacks ist, bleibt vorerst offen. Allerdings gab sie letztes Jahr bereits in Interviews bezüglich ihres Ausstiegs zu, dass sie hoffe, dass es kein Abschied für immer sei und dachte auch an einen Besuch. Sollte die Produktionsfirma sich melden und Franziska und ihren Sohn für einen Besuch in die Berge holen wollen, würde ich mich sehr freuen, erklärte Simone Hanselmann gegenüber tvspielfilm.de.